Manchmal ist es notwendig, die Betriebszeit der einzelnen Komponenten der Wärmepumpe zu wissen. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um das Informationsmenü zu öffnen. Scrollen Sie mithilfe der Minustaste hinunter auf den Menüpunkt Betriebszeit. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um den Menüpunkt Betriebszeit zu öffnen. Der Menüpunkt Wärmepumpe zeigt sowohl die Betriebszeit für Heizung als auch für die Warmwassererzeugung. Der Menüpunkt Zusatz 1 und 2 gibt Informationen zur Betriebszeit der integrierten Zusatzheizung der Wärmepumpe. Der Menüpunkt Warmwasser gibt ein, wie viele Stunden Warmwasser durch den Kompressor erzeugt wurde. Drücken Sie zweimal die linke Pfeiltaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Der Menüpunkt 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 Der Menüpunkt